Also das Schöne ist, dass Kunst eigentlich einem immer auf einen zukommt. Also das sieht man auch hier bei unserer Ausstellung, dass wir gewisse Werbemedien haben, die die Leute erreichen werden. Also es gibt Plakate auf der Straße. Mich hat Kunst immer auch erreicht, also über diese Sichtbarkeit im öffentlichen Raum. Und auch, dass Kunst jetzt zur Zeit meines Beginnens noch nicht für jedermann verfügbar war. Also wir waren noch in einer ganz anderen Zeit, in den 70er und 80er Jahren als jetzt. Also wo auch die Idee ist, dass man Kunst auch über die Digitalisierung allen zugänglich macht. Und die Kunst wird in Zukunft sicher viel mehr Menschen erreichen. Also in meiner Kunst geht es um Spiel und um Referenzen. Ich bin auch sehr stark beeinflusst von der sogenannten Kontextkunst, die Anfang der 90er aufgekommen ist. Das Wort hat mehr oder weniger Peter Weibel erfunden oder geprägt. Da gab es auch eine sehr signifikante biennale Präsentation mit Andrea Frazier, Gervald Rockenschaub und Christian Philipp Müller. Also Künstler, die sich intensiv mit dem Ort und eigentlich quasi sozusagen mit dem Skelett der Kunst beschäftigen. Also mit der Substanz, aus der Kunst gemacht wird. Meine Ideen kommen eigentlich immer aus dem direkten Umfeld. Also in dem Fall haben wir für die Luxusausstellung das Palais als Setting. Und der Luxus ist für mich, dass dieser Raum, also über die Galerie und die Ausstellung öffentlich zugänglich wird. Also dass diese an und für sich schon auch für eigentlich ein privates, mehr oder weniger privates Wohnumfeld gedauften Raumlichkeiten der Öffentlichkeit zugänglich sind. Elke, wie siehst du dich in der österreichischen Kunstszene, abgesehen jetzt von der internationalen, deine Stellung sozusagen im Rahmen, wir haben schon mal kurz darüber gesprochen, mit Aktionismus etc., das würde mich interessieren. Oder wenn man noch weiter zurückgeht zu Chile und Klimt. Grundsätzlich sehe ich mich eigentlich immer als Teil einer internationalen Bewegung, weil ich von Anfang an von meiner Karriere immer international ausgestellt habe. Und auch Klimt und Chile sind für mich von ihrer Reichweite her auf jeden Fall internationale Künstler. Was sie vorweggenommen haben, ist eben diesen ganz starken Körperbezug, auch die Auseinandersetzung mit sich selbst oder auch das Umfeld der Psychoanalyse, das wirklich weltweite Auswirkungen hatte. Und also für mich ist es unmöglich eigentlich, Kunst national begrenzt zu sehen. Also Kunst, das sieht man eigentlich auch an eurer Tätigkeit, weil ihr ständig unterwegs seid und die Kunst internationalen Ausstellungen auf Messen präsentiert. Und also für mich ist es vom Denken her nicht möglich, dass man Kunst eigentlich auf ein Land beschränkt. Aber ich verstehe auch, es gibt so einen Stolz, dass man sagt, diese Kunst ist hier entstanden. Aber sie strahlt auf jeden Fall weiter aus. Also als Techniker haben wir hier ein sehr schönes Beispiel, weil ich verwende wirklich sehr oft Hotels in meiner Arbeit. Also mich interessieren diese vorgefertigten Räume. Und das steht eigentlich für mich am meisten auch für unsere Jetzt-Zeit des Wohnens, dass alles ganz temporär ist. Und das zieht sich wirklich durch, durch mein Werk, dass es immer wieder Fotos gegeben hat oder Videoaufnahmen in Hotelzimmern. Es gab einen Dokumentarfilm über mich in Hotelzimmern. Und das ist für mich so ein essentieller Teil, dass man etwas nimmt, das fertig ist. Und auch was wir in der Galerie hier haben, eben im Palais, dass wir keine White Cube Räume haben. Also das bezieht sich eigentlich auch, auch die meisten meiner Ateliers waren jetzt nicht unbedingt White Cube Räumlichkeiten. Das heißt, meine Kunst ist auch nicht in diesem quasi ganz künstlichen Bereich entstanden. Und das verbindet mich, glaube ich, auch wieder mit Klimt und Schiele. Also damals hat man ja diese weißen Räumlichkeiten auch noch nicht gehabt in der Bildenden Kunst.